Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Trophäengeld, also Christmas Fun. Naja, ist noch ein Monat hin, bis wir Weihnachten haben, aber... Passt vielleicht noch gerade so, vielleicht. Okay, das Spiel kostet 3,49 Euro, PS5-Version. Und PS4-Version kostet 3,59 Euro, 10 Cent teurer, weiß nicht warum. Naja, ihr seid hier wegen der Platin, also kann gesteckt werden in 4 Stacks, PS4, PS5, EU und US-Version. Kann sein, dass irgendwann sehr, sehr spät, also ich glaube irgendwann nächstes Jahr oder vielleicht danach, dass dann noch eine asien- und japanische Version kommt. Haltet das mal im Hinterkopf, falls dann noch was kommt. Kann immer mal sein. Ja, das Spiel hat leider nur 12 Trophäen. Geht eigentlich klar, aber das Spiel ist unter einer Minute schon durch. Ja, fangen wir mal an. Also relativ easy, eine 1 von 10, oder eine 0 von 10, wenn man es so machen will. Einfach nur die Knöpfe drücken, fertig. Relativ easy, so. Also, da kann man nichts falsch machen. Ja, ist egal, ob man perfekt oder gut wird. Aber ich glaube bei perfekt geht es halt schneller. Ja, das war schon. Christmas Fun Master. Ja. Schön. Warum nicht? Wird man immer gerne mit. Ist ja, ich weiß. Anstattolivian. Ich bin ja. Du. Aber da ist das war. Ich bin ja.